Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Freunde, was ist Ihr Lieblingsstück in Ihrem Kleiderschrank? Ist es Fairtrade? Heute zum Fashion Fair Day will ich Sie darauf hinweisen, wie wichtig Fairtrade ist. Kurz gesagt, was macht denn Fairtrade überhaupt anders? Durch Fairtrade Baumwolle und den Fairtrade Textilstandards werden eben die Lebens- und Arbeitsbedingungen für alle Menschen entlang der Lieferkette für Textilien, und zwar vom Baumwollbauern bis hin zu näheren verbessert. Die steht für folgende Maßnahmen und ich lese sie einfach mal vor. Die komplette Lieferkette wird kontrolliert, faire Preise für Baumwollbauern, umweltschonende Anbaumethoden, aber auch gestärkte Rechte von Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern, existenzsichernere Lösungen und auch keine ausbeuterische Kinderarbeit. Alle Marktunternehmen müssen hier endlich mehr Verantwortung übernehmen, also ihre Ware auch zu Fairtrade-Preisen ankaufen, aber auch verkaufen, und damit der Konsument sich eben Fairtrade leisten kann. Wenn es in Ihrem Lieblingsladen aber keine Fairtrade-Produkte gibt, dann fragen Sie einfach danach. Machen Sie Ihr Interesse laut? Fragen Sie nach nachhaltig produzierten Textilien? Sprechen Sie mit den Mitarbeiterinnen oder weisen Sie sie einfach hin, auch mit der Geschäftsführung einfach mal zu sprechen und Ihren Kaufwunsch nochmal klarzumachen? Weisen Sie auch das Verkaufspersonal auf Fairtrade-Produkte hin. Ich persönlich finde Fairtrade nicht nur gut, sondern es gibt unheimlich schicke, gute Klamotten. In Großbritannien gibt es eine ganze Kampagne, die heißt Fashion Revolution, die genau das aufgreift. Probieren Sie es einfach mal aus. Kaufen Sie Fairtrade-Produkte, auch für Textilien, und haben Sie einen guten Fairtrade-Tag. Tschüss!